Er rennt dir bis aufs Klo hinterher, verteidigt dich mit allem, was er hat, trainiert gut und von daher kriegt er dann eine verdiente 88. Wenn er los sprintet, dann ist es wie eine Dampflok. Ich bin schnell. Ich bin 2,50 Meter groß. Ich habe eine gute Physis. Von daher hat er auch seine verdiente 88 Punkte. Sein Tempo liegt bei 80, er ist ein sehr schneller Spieler. Ich denke, wir müssen ein bisschen schneller machen. Physisch auch sehr stark. Es gibt ein Gesamtpaket von 81. Riebe bei 21, denn es ist ein sehr guter Riebeleur. Pass bei 23. Er macht einen guten Pass. Er macht eine Decision. Und das ist 78. Ich denke, das ist wert. Mein Spielwert bei FIFA 18 sollte 80 sein. 64. 86. 85 kann man schon machen. 86. 80. 85. 85. 85. 81. 86. 85.